Das ist Sabrina hier im Film. Das ist Bibi Block Zwergs Pferd. Das ist ein Show- und Filmpferd. Ich bin seine Trainerin für den Film und auch so. Bibi, die versteht sich sehr gut mit dem Pferd. Das finde ich ganz toll. Die hat eine Verbindung mit dem Pferd. Sie sind richtig befreundet inzwischen. Sie spricht mit ihren Pferden. Sie kann ja auch mit ihren Pferden ganz viele Tricks machen. Man steuert es dann auch ein bisschen von der Entfernung. Das Pferd kann rückwärts gehen, wenn ich von hinten was sage. Oder ich kann es von vorn rufen oder von der Seite Zeichen geben zum Losgehen. Wenn dann der Dreh beginnt, dass das Pferd auch ein bisschen auf mich guckt und sagt, ah ja, jetzt muss ich los, um ein Pferd wirklich stabil zu machen gegen Reize, die von außen kommen. Wenn ein Pferd das nicht gewohnt ist, wird es auf jeden Fall mit Angst reagieren. Und unsere Pferde sind solche Dinge gewohnt. Von da an Kamerawagen kommen, bis da Leute rumrennen, dass Gegenstände ganz nah an ihnen vorbeigetragen werden. Und das macht es eben aus, dass ein Pferd eine gute Vorbereitung hat. Und wir müssen auf solche Sachen achten. Fantastisch. Total bei den Tieren. Es ist wirklich wie ein Scharnier, wie eine Übersetzerin zwischen all dem. Toll. Diese Pferdetrainerinnen sind wahnsinnig entspannt. Alle sind eher so, ja, jetzt kommt das Pferd. Und das hat nicht so was. Vorsicht, und nicht von hinten. Und jetzt kommt das Pferd. Ich liebe Pferde. Die sind voll niedlich. Ich liebe Pferde. Die sind voll niedlich. Ich liebe Pferde. Die sind voll niedlich. Ich liebe Pferde. Die sind voll niedlich.